Willkommen zurück zur Zombie-Arme Trilogie. Ich nehme heute mal ohne ein Headset auf. Also jetzt ohne hier, was ich sonst benutze. Also was ich zur Zeit benutze als Ersatz. Ich hoffe es funktioniert. Dann brauche ich auch nicht mal dieses Teil. Ich kann einfach so reinsprechen. Aber es ist nur wieder gerade so eine kleine Testfolge. Oder Folgen. Ja, du bist schon letztes Mal gestorben. Also verreckt. Ja, sag ruhig. So. Oh ne. Alte Zugriff zur Kanzlei. Kanzlei. Und gleich schon so. Hier beginn. Okay, aber letztes Mal war das ziemlich lame gewesen, das Level. Kann es sein, dass sie schneller laufen? Schneller. 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 Mann, kann ich ja mal ein Rohr aufnehmen hier? Die Breacher oder die Panzer-Force wäre jetzt gut, aber mit der wenig Munition. Okay, das warst du dann so jetzt. Ne. Ach, da kam ja auch noch welche. Scheiße. Weg. Mann, und die Leichen sind jetzt weg. Durch den blöden Selbstmord-Jombie. Nein. Nein. Was? Die ist leer? Und schack deine Munition mehr bitte ein. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Hey, hey, tschüss. Solange jetzt hier keine mehr kommen, ist das mehr Rille. Sonst der als Kampfner zum Selbstmord-Songwee? Ops Wie wollt ihr mich da reinschießen Schneller Okay Die zwei Wann habe ich Das meint ihr jetzt mit Führerbunker Ich schaffe jetzt nicht den Selfie Ah Okay hier ist gar nichts Kann ich hier rauf nur Munition Was steht da Ach gar nichts steht da Alter Oh Ähm ja Fühl dich da rein Ich geh gleich da rein Okay Ich seh keinen Goldbarren mehr also Rein mit dir Was war das grad wie ein Geräusch Oh 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 Ne Schaumisch schaumisch lebt ihr wieder Nein Könnte besser Munition gebrauchen Zumindest für den hier Okay Okay ich glaube da geh ich dann runter Sag mal Sie sind doch niemals Würmer Oder Okay Einige Okay die bewegen sich diesmal nicht Aber sonst haben sie sich immer bewegt Bewegt Stimm weg Was war das Gold Nein Nein Ah jetzt Sir Also das ist diesmal hier ein bisschen creepy. Was? Lass mich rein. Diese Masse ist überhaupt. Kennt ihr nicht? Wie sind die nicht einfach irgendwelche Flugzeuge? Wie sind die einfach nicht irgendwelche Flugzeuge und wirft einfach Bomben rüber? Dann hat sie das Problem nicht. Schön, dass ich ihn aufheben kann. Hallo? Ich gehe gleich dahin. Okay, ich muss ja so da nach hinten gehen, also gehe ich mal hier ran. Hallo? What's the hell? Ja, hallo? Oh? Oh! 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 alter ich hab voll die leiche gänsehaut bekommen wo sind die leiche was war das hat er hört auf mit dieser scheiße was ich falle das geisterhaus ja die seien jetzt auch mal mit der stimme alter was aber niemals diese bestimmte halluzinationen kann ich hier wenigstens erlösen anschießen kann ich hier wenigstens was 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 we was 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 hier aus schön hier wäre nur der sichere tod gewesen was ist boah man hä dass wir schratten jetzt kommt ja ja was was ist los also der war ein bisschen einfach okay ich habe jetzt am meisten auch in sein gesicht geschossen ist klar also nach dem dritten ist das war aber jetzt mal kurz gesamte spielzeit eine stunde zehn minuten und fünf sekunden war glaube ich ja ich bedanke mich dass du wieder zugesehen hat dann werden wir zum nächsten mal wiedersehen bei episode 2 level 3 glaube ich egal tschüss